Also gestern sind ja so ein paar Star Wars Sachen zurückgekommen, warum auch immer und heute sind es andere Sachen, die auch interessant sind. Oben sieht man noch die Dragon Ball Sachen, da die Star Wars Sachen, die ich meinte und hier sieht man schon, ja, es gibt Marvel Sachen zurück. Warum auch immer. Hier geht es auf jeden Fall einmal dieses Deadpool Ausrüstungspaket, nach 64 Tagen zurück mit diesem Drachenhorn Gleiter. Dann gibt es hier noch Flatt unterwegs, was eigentlich cool aussieht, das habe ich auf jeden Fall auch. Und dann gibt es hier noch Chimichanga, hier mit dieser Mikrowelle und es gibt noch die Fleischermarke. Ja, war jetzt zwei Monate lang nicht hier, darunter Deadpool Mashups, die waren jetzt aber auch nur so knapp einen Monat lang nicht hier, also ehrlich jetzt nichts Besonderes. Darunter aber gibt es hier nochmal den Blade Skin nach 118 Tagen zurück, das ist also ein kleines Paket mit Rückenaccessoires und auch Hacke. Die Hacke kann übrigens aus dem Rückenaccessoires so rausziehen, eigentlich ganz cool, das ist der Ton. Ja und dann gibt es hier noch dieses Emoge. Ganz kurzes Remote und noch diesen Gleiter, wie gesagt, das Zeug ist dann 118 Tage nicht hier gewesen und das war es auf jeden Fall hier mit diesen Marvel Sachen schon weg noch geblieben. Ich glaube, das Zeug ist jetzt auch nochmal zurück nach knappen zwei Wochen, muss man auch nicht viel zu sagen, wird schon sehr, 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 sehr oft hier gewesen. Und hier noch noch Gleiter, ja, darunter, ich glaube, hat sich nichts verändert oder bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, das Zeug war aber auch schon die letzten Tage hier. Jedenfalls ist hier auch nichts krass Besonderes bei und immer mehr Paket, Winterfest Sachen, ich glaube, hier wirklich ist gar nichts mehr Neues drin. Ne, sieht irgendwie war da mal raus, dass hier alles gleich geblieben ist, auch hier unten ist wohl noch alles gleich. Ja, mir hat sich gar nicht mehr verändert, also eigentlich das Besondere, wenn man das so nennen kann, sind dann diese Marvel Sachen, das ist das Einzige, was sich verändert hat. Ja, und das war es im Grunde auch schon.